Und da sind wir wieder! Ist nochmal ein kleiner Rückblick. Wir sind zum Sir Duschback geschlagen worden. Der Bard? Oh Gott, nicht der Bard! Der Bard ist ein Level-10-Draw-Elf, der seine Feier benutzen kann, um seine Feier zu verletzen und zu zerstören. Sind Sie bereit, Ihre Training zu fortsetzen? Dann mach Haste auf die Training-Grunden! Das wollen wir nicht. Ja. Ich geh jetzt um alles durch. Sommersprossen und Tränensäcke brauchen wir nicht. Sportliche Brille brauchen wir auch nicht. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier an Perücken bekommen? Was? Nein, nein. So, ja, damit ich die Dinger hier wegkriege, müsste ich jetzt alle anprobieren, mache ich jetzt nicht. Ist ja auch eigentlich egal. Was? Ich werde dir zeigen, wie benutzen die Magik-Grunden. Es ist nicht einfach. Aber es ist möglich, dass es ein Schmerz aus einem Schmerz kann, kann dich in der Krieg schützen. Lassen Sie mich demonstrieren. Ja! Ich zeige dir noch mal. Schau dir kurz. Ja! Verstehst du, wie es funktioniert? Jetzt probierst du es. Warte zurück, von wo du bist. Schmerz die Magik und sie auf deinem Gegner. Ich habe wieder... Nein, 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 du musst deine Hand aus dem Weg wegkriegen. Erinnern, hopf in einer Hand und fahrt in der anderen. Und du hast eine potente Waffe in einer der Hand. Lass mich euch noch einmal zeigen. Schau dir kurz. Ja! Verstehst du, wie es funktioniert? Jetzt probierst du es. Ich spiele es zu seltener. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin zu blöd dafür. Ja... Willst du dich noch mal sehen? Ja! Siehst du, wie es funktioniert? Jetzt probierst du es. Weg zurück, von wo du bist. Schau dir die Magik und sie auf deinem Gegner. Ja, ich krieg immer die Anzeige und... Wenn man mal recht hat und dann ist das scheiße. Siehst du, wie es funktioniert? Jetzt probierst du es. Weg zurück, von wo du bist. Schau dir die Magik und sie auf deinem Gegner. Na ja, gut. Das war mehr Glück als alles andere. Schau dir die Magik und sie auf deinem Gegner. Hey, Malkusin! Malkusin! Könntest du uns helfen mit etwas? Sie hat nicht zu helfen. Sie hat nicht zu helfen. Oh, hey, Scott. Könntest du, ähm, sparen mit Douchebag real quick? Er wird versuchen, eine neue Bewegung. Entschuldigung! Jetzt, Douchebag, komm und sparen! Wo? Nein, nein, das ist nicht alles. Versuch wieder! Oh... Schau dir doch. Durchhalte? Jetzt... Jetzt gucke ich, dass ich da... Ja, gut. Okay. Dude, das war süß! Du hast das Scheiße direkt in Scotts Fals! Alles klar, Scott, geh zurück zur Post. Danke. Use es weislich in der Krieg, Duchebag. Und nie auf einem Mannspaß. Tja. Wenn die Carrier-Ravens richtig sind, dann ist der Bard am Ende des gigglingen Donkeys. Wir müssen ihn finden, bevor er den Stift zurück in die Oven-Forest. Lass uns das Boot finden und bring ihn zur Justiz! Mach Haste an den gigglingen Donkeys! Na, ich glaube, jetzt gibt's auch's Maul. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht alleine. Butters ist ja mitgegangen. Oh, ja. Hier ist es. Der Ende des gigglingen Donkeys. Hm. Paladin, bist du sicher, dass der Bard ist in der Barde? Das ist was Twitter gesagt. Carrier-Raven, Butters! Oh, sorry, das ist was der Carrier-Raven sagt. Craig and Token, guarde die dritte. Butters, Kenny, Sir Duchebag? Let's go inside. Hm. Stay close, Sir Duchebag. The end of the giggling Donkeys harbors the Scum of all Zaron. A glass of Meadle-Wein, please. No Meadle-Wein today, only Ferri-Ale. A pint of Ferri-Ale, then. So, has anyone seen the Bard lately? Oh. Cartman hat Fingerspitzengefühl. A cup of Ferri-Ale isn't much, if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, alright. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomly for his services. Sir Duchebag? Butters, Duchebag, go down and flush him out. Princess Kenny and I will be waiting here to murder him. Remember, the Bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Now I'm really excited who it is. Yeah, it's clear. You think the Bard is really down here? You think the Bard is really down here? You think the Bard is really down here? I think I hear him. Yeah. Maybe, is there something here? No? Okay, go on. Hello? Oh, Jesus! It's the Bard! Prepare for battle, W-W-Wie-Klings! Elves, fall in! Oh, Jesus! Duchebag! It's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 bot. And with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. 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 Magische Songs haben mich beschrieben. Magische Songs haben mich beschrieben. Jawohl. Es geht auch ohne überspringen. Ähm, gut. Anscheinend kann ich ihn nicht angreifen. Ich muss erst... Oh Gott. Wir gehen direkt dem ersten... Ja. Du wirst nicht auf mich warten, oder? So, das hat schon mal ganz gut gesessen. Ähm, wir machen direkt... Das erwischt... Alle, ne? Das kann ich nicht. Ich wollte den Mittleren nehmen. Scheiße. Jetzt verteile ich mich nochmal. Ich glaube, ich weiß. Ja. War ja super. Mann war das! Ich habe einen schönen Lanz, den sie aufbaut hat. Der Maiden von Stoneberry, der auch dein Vater ist. Also ich kann schon sagen... Ich kann schon sagen, das werde ich nicht schaffen. Ähm... Nein. Nein, machen wir nicht. Wir probieren es. Ich habe gar nicht so viel Mana, oder wie? Ist doch kacke. Ich probiere die helle Bade aus. Was soll's. Ähm... Ja, das war wohl gar nichts. Ähm... Du möchtest, wie viel das bringt? Ja, das bringt doch einiges. Na gut, heilende Berührung kann ich jetzt vergessen. Das ist schlecht. Nicht. Wenigstens zweimal geblockt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Das wird nichts. Nein! Yo! Kurz, aber schmerzvoll. Eieiei. Ach, da bin ich noch nicht reif für, glaube ich. Das war so hart. Wir werden es jetzt nochmal probieren. Du denkst, dass die Bade wirklich hier unten ist? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es irgendwie schaffen. Besonders nicht, weil... Ich bin Level 4. Ich glaube... Sollte ich vielleicht nicht tun mit Level 4. Hallo? Aber mein Mana ist halt nicht aufgeladen und, äh, überhaupt. So, das haben wir jetzt übersprungen. Gucken wir mal. Oh Mann. Ähm... Also, wir kommen nicht an die ran. Wir müssen denen erst weghauen. Dummerweise kontert der wie nen Arsch. Also... Du wirst nicht auf mich warten, oder? Du bist? Maner Trank. Ja, komm. Yes. Komm. Oh, Rinder. Egal. Ein bisschen was. Hilft dir auch. Ähm... Mann. Ich kann jetzt auf TV sehen. Jetzt machen wir es natürlich anders. Ach. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ach. Der ist einfach zäh, dieser Kerl. Ja. Mann. Das war gut. Das war gut. Der... Oh, man. Der... Mh. Hmmm... Wyatt, whose turn is it? Hm. Weil ich das gelernt habe, würde ich es jetzt eh, wirklich gerne mal... Ich muss in die Pferde gehen! Ich muss in die Pferde gehen! Ja... Ja... Zack! Und... Ja... Mann! Ich muss ihn nehmen! Yes! Das... Weiß ich auch nicht, was das war... Aber das war was! Sauber! Normalerweise... Wäre es schon zu Ende hier alles! Aber jetzt werden wir natürlich gucken, dass wir... ...dabei bleiben... ... 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 Weil die Elke gleich tot sind, aber ist egal. Nur noch einer. Das können wir schaffen. Obwohl ich jetzt was anderes mache. Und zwar. Jawohl, das Leben reicht auch. Ich gehe voll auf Nahkampf, weil... Die helle Bade ist echt badass. Boah, ey, der zieht ab mit dem Scheiß, ne? Boah, Glück gehabt. Geht hier und endet sie ab. Nein! Gut, Leute. Hier mache ich eine kleine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. War ja ein bisschen was los. Wir haben uns natürlich wie immer schwer getan. So muss das sein bei mir. Ist Absicht. Und danke fürs Einschalten. Könnt ein paar Kommentare da lassen. Oder einen Daumen nach oben. Aber am wichtigsten ist, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Hier bei mir auf dem Kanal. Guckt euch um. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. OK.